Hallo, ich habe gerade gehört, dass Google jetzt diesen Google Livestream auch in Deutschland wohl freischaltet, zumindest stand bei mir oben in diesem blauen Kasten, der dann immer oben steht. YouTube bietet jetzt Livestreaming von Videos über Hangouts on Air, nutze Livestreams für deinen Kanal. Habe ich erstmal draufgeklickt, aber da möchte er einfach nur was runterladen. Da dachte ich, okay, das lasse ich erstmal. Ich wollte mich eigentlich darüber erstmal ein bisschen informieren. Und ja, jetzt habe ich noch in der Zeitung gelesen, dass es da ein Gesetz geben soll, dass das gar nicht erlaubt sein soll in Deutschland und dass es Gerüchte gibt, dass deswegen YouTube damit gewartet hat, das in Deutschland einzuführen. Das soll es ja schon etwas länger geben, ich weiß nicht, zwei, drei Monate. Und ja, weiß jemand, was jetzt passiert ist und ob man das überhaupt benutzen darf in Deutschland und warum es jetzt auf einmal freigeschaltet ist und warum es vorher nicht freigeschaltet ist. Also wenn da jemand was weiß, könnt ihr mir ein paar Informationen geben. Und ansonsten, ja, natürlich ist die Frage, muss ich mir überlegen, wie ich das verwenden möchte, habt ihr vielleicht irgendwelche Wünsche oder Anregungen, wie ich das verwenden könnte. Ich habe mir überlegt, eventuell einfach mal ein Interview, dass ihr mir Fragen stellen könnt. Vielleicht machen wir vorher ein Thema aus. Was habt ihr euch so vorgestellt? Lasst uns mal austauschen.